hallo und herzlich willkommen zurück hier bei die gilde 3 so es ist eine ganze weile her dass ich das letzte mal aufgenommen habe etliche wochen ich weiß auch nicht mehr genau was bewachen wollten ich bin mir ziemlich sicher wir wollten oder ich habe mir gedacht wir wollten jetzt mal richtig krieg führen und zwar gegen die hier dass wir die hier langsam ausgelöst kriegen da zusätzlich bin mir noch sicher wir wollten eine schmiede errichten damit wir dolche selbst herstellen konnten meine ich und ich war am überlegen ob ich die toten gräber krypter versetze weil das problem ist ja die müssen jetzt ewig weit ich gehen um hier knochen zu holen und das viel größere problem ist der urknecht hier auf der kriegt die ganzen sachen hier nicht ab transportiert weil der muss natürlich bis zum lagerhaus hier oben hin latschen was ein ewig weiter weg ist und aus irgendeinem grund nimmt er auch nicht mehrere sachen mit sondern nur eine weil es die überlegung ich könnte die krypter zum nächsten friedhof auf dieser seite setzen das wäre hier und mal die krypter eventuell hier irgendwo hinsetzen sofern das geht das weiß ich nicht das können wir mal probieren haben wir sind toten gräber krypter totentanz von meinen wegen also ich sie können wir da gar nicht hinsetzen müssen wir und bis man die denn hinsetzen ist ja blöd ist das dahin auch noch irgendwas zum sammeln ja gut das ist nicht so schlimm andere überlegung wäre gewesen hierhin weil hier haben wir auch da einen friedhof und da wäre der kürzeste weg zur lagerscheune das problem ist nur hier können wir sie anscheinend auch nirgends hinsetzen alternative wäre irgendwas angreifen ja hier kommt man so mit hinsetzen aber dann möchte ich eigentlich gar nicht gut alternative wäre gucken gibt es hier eine und die dann eventuell übernehmen das sind nur zwei räuber lager gibt es hier keine toten gräber krypter das ist aber blöd es ist doch mal richtig blöd ein bauernhof nur gibt es nicht und sonst gräsen nur hier oben hinsetzen das möchte ich aber eigentlich nicht das viel zu weit weg so da kann es nirgendswohin ich kann es hier irgendwo neben der kirche ja gut würde ja sogar passen hier aufs eck geht auch nicht doch da ging es hin wer aber trotzdem relativ weiter weg na ist der fuhrknecht auch hier raus hier rum hier hoch besser wäre es hier direkt aufs eck da ist nur das blöde die mit dem kreuz und die uns wohl gesonnen äh falsche dingens dynastien die hier sind das ne minus 95 prozent ansehen das ist doch in der ordnung die können wir doch fertig machen ne dann würde ich das nämlich sogar sagen am besten am besten die lagerscheune hier oder abmachung treffen gebäude kaufen abbrechen das ist eine abmachung treffen kommen gleich heraus was ist in der gebäude wert überhaupt kann ich das irgendwo sehen wahrscheinlich nur hier im moment da muss ich glaube ich auf gebäude kaufen als gleich angewählt 26.000 und weißt du was ich bin mal so nett ich gebe dir dafür 5000 das ist jetzt dein problem da kann ich nichts für das was sie selbst zuzuschreiben und wir beide mal dahin und dann werden wir das ding gleich hier übernehmen dann könnte mit totengräber krypter dahin setzen dann kann die andere nämlich weg ich bin aber überlegen brauchen wir die totengräber krypter überhaupt produzieren die irgendwas was wichtig ist glaube nämlich nicht knochenstaub vielleicht noch was für irgendwas wichtig war der stube die haben knochenstaub hier und werden so viel irgendwas brauchen da ist dann die wer knochenstaub für einen tarnmantel na gut dann behalten wir die ein stufenaufstieg ihr seid ein öffentliches ärgernis er weiß ich doch so übrigens war ich ja überlegen das soll man vielleicht machen stufen aufstieg bei einem familien ich mach mal gerade langsam dass mir gerade alles zu viel zu schnell die silber kette war es nämlich die können wir eigentlich alle auslagern silber kette verkaufen 0 und wir brauchen aber die sind das ding ich weiß dass gar nicht mehr was unter luxus güter überringen nicht argus augenbrille war siehst du die bringt nämlich noch mal zwei auf aufmerksamkeit dann legen die leute nämlich die an ich bin gerade dass mich gerade mal gucken wie bist du denn ausgerüstet kommt wahrscheinlich hier irgendwo hin das mal ansehensbonus die hätten sogar noch ein frei dann lass uns mal die augus augenbrille einkaufen beziehungsweise behalten wenn sie irgendeiner abbeutet mit erne augenbrille genau da wo man 60 immer da behalten so sehr schön man war es nämlich so edelstein ring und meinetwegen kann sie erst noch behalten gut toten gräber krupp da haben wir gesagt brauchen wir das heißt du darfst mal wo war denn das erobern wurde erobern da hat erobern du gehörst bestimmt noch zu sein ja genau das heißt du hast gerade zu tun ich nehme man das läuft automatisch lass uns mal gerade noch mal hier in die stadt gucken glaube ich habe mich auf alle offenen ämter beworben ich meine ja wie sieht es mit unserer unser 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 stamm baum aus wo man das noch stufenausstieg hatte ich dir nicht gerade schon vergeben jetzt mal noch ein aufgeschickt so wir haben 23 von 24 familien angehörigen so die linie machen wir wahrscheinlich erstmal nicht weiter als wir machen hier unten dann weiter das werdet ihr das sieht fast aus wie muster oder immer erst weibliche nachkommen vor männlicher kommt schon mal irgendwo ersten männlichen den auch weiblich und auch weiblich dass das entwickelt sich zu einem muster wie es aussieht wird nicht mehr gekämpft ach da unten irgendwo ursola entführen nur 25 prozent? warum ditte? ja dann machen wir das mal lieber nicht so wie sieht das hier aus? macht mal schneller da ja wohl nicht wir treten jetzt den alchemisten bei weil die geben uns ja zumindest ein bisschen Boni und zwar Gesundheit und Widerstandskraft Ei raune ernten Trank der Schicksalsfrauen das brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht aber wir treten mal der alchemisten Gilde bei wollen eigentlich in die Diebesgilde aber das hat sich ja die letzte Male schon als extrem schwierig erwiesen eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt so Amtswahl entscheidet euch so natürlich für unsere eigenen Leute Amtswahl entscheidet euch so kein Ausrufezeichen mehr na du sehr schön ähm irgendwas neues offen ne ne hier oh hier hätten wir uns bewerben können das ist jetzt aber blöd das ist jetzt aber richtig blöd wie kann ich etwas für euch tun habt ihr mir etwas anzubieten will ich den aus dem Weg räumen? eigentlich nicht ne ich hab's mal wieder verpasst ey ich finde es extrem schwierig hier den Überblick zu behalten guck mal da ist wieder was frei da machen wir mal Zeitlupe ähm ist irgendwer ohne Amt? ich hab keine Ahnung verdammte Axt wer könnte sich denn da bewerben? da ist Gildbert die bewirbt sich darauf Alfred es ist zu lange her dass ich gespielt habe ich weiß gar nicht mehr wo man sich jetzt hier noch wer noch frei ist fangen wir mal oben an Juliane nehmen wir mal an die war jetzt noch frei nehme ich jetzt einfach mal an sonst hätte er mir wahrscheinlich irgendwie eine Warnung rausgegeben da ist nichts ähm so wie sieht das aus bei euch jetzt da oben hab da jetzt endlich mal übernommen hier eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt ja ja mach doch nichts kann man die Gebäude überhaupt abreißen? mal so eine blöde Frage ich hab die immer verkauft ne aber die kann man bestimmt abreißen doch ich glaub unser erstes Haus unsere Hütte die hat man auch abgerissen ich glaube das ging irgendwie ähm was ist hier schon die Kandidatur erfolgreich das ist aber toll so entscheidet euch so da haben wir ja jetzt alles ne ne da unten ist noch was Urteilsfindung irgendwie uns nur 47 noch nicht so richtig ich kann ja mal ich kann ja mal Freispruch machen hört doch mal auf mich immer anzuklicken machen wir das so einfach mal so und das Ding haben wir jetzt auch übernommen ne äh ne noch nicht noch nicht und hier blinkt noch immer was was denn was willst du von mir das ist so unübersichtlich finde ich ähm irgendeine Kandidatur war erfolgreich da sind wir beworben da sind wir beworben ja dass sie hier alle naselang alles durchgucken so da haben wir es vergessen da sind wir beworben meine ich da auch gut wann ist denn hier die Wahl ach so da haben wir jetzt schon da haben wir auch ungern aber ja ungern sagt sie gut da haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit ne nehme ich mal an so wie lange brauchst du jetzt um das scheiß Ding da zu erobern so schwer kann das doch nicht sein ja stufenaufstieg bei euer Ansehen hat sich verschwachsen jemand versucht euch zu bestechen jemand versucht mich zu bestechen wie kann das nur passieren oh da ist nur ein Punkt das ist doch was langweilig oh ja das ist mir ja sehr schön so dann wollen wir erstmal alles raus hier würde ich sagen alles auf null zum gebäude schicken zum gebäude schicken gut das läuft alles kannst du was davon noch aufnehmen hier bringt auch schon wieder was entscheidet euch natürlich für unseren eigenen und hier auch nochmal jo und was ist hier die Urteilsfindung die sind uns relativ wohlgesund bin der Chef tatsächlich minus 25 nur relativ wohlgesund minus 25 was hast du denn gemacht ach komm bist du halt unschuldig gerade so so du sollst mal ein bisschen was aufnehmen was hier noch drinnen rumfliegt kannst gar nicht so viel tragen bestätigen bestätigen so mehr kannst du nicht aufnehmen na gut dann darfst du wieder deiner Arbeit nachgehen wie bist du denn so und Arbeit aufnehmen und du darfst mal jemanden eskortieren den fünften Silvian darf hier auch einmal kurz rin ihr habt ein Gebäude erobert ist dir das jetzt erst aufgefallen ja das Gebäude gehört mir doch schon lange so dann lass du deine Arbeit wieder aufnehmen so wie sieht das jetzt aus mit den Vorknechten ach die machen schon automatisch gut ähm dann lass uns hier mal das Edelsteine Edel Beine alles auf 0 genau das hier Wolle Wolle auch auf 0 Honig Honig ist lecker auch auf 0 und Holzkohle auf 0 genau dann warten wir mal bis sie alles verkauft haben hoffentlich dann werden wir das Ding abreißen und werden wir hier eine neue Krypta hinbauen und dann werden wir die alte Krypta abreißen haben wir uns doch schon entschieden warum soll ich mich hier entscheiden eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt ähm dann können wir die alte Krypta abreißen und dann werden wir wahrscheinlich erst mal ein Schmied aufbauen habe ich mir so gedenkt äh damit wir Dolche produzieren weil Dolche war ja hier echt ein Problem auf dem Marktplatz und dann sollten wir aber endlich mal los äh losziehen genau loslegen ähm damit wir unsere unsere Konkurrenten loswerden euer Ansehen ist gewachsen bis wir sowieso einen Krieg haben achso hier hatte ich ja vergessen genau da war was oh da wurden wir nicht gewählt das ist ein Schweinkram achso ist noch ist noch Bewerbung läuft noch achso na gut so wie sieht das jetzt aus hier könnt ihr mal ein bisschen schneller machen hier so schwer ist das doch nicht warum kauft ihr Leder verdammte Axt weißt du was das ist doch immer alles anders Zeitlupe ja ohne reparieren Gebäude abreißen bestätigen so bauen ein Gräberkrypter zur letzten Ruh nee das erste hat mir ganz gut gefallen guten Tanz bestätigen so dahin bestätigen mal kurz warten bis das gebaut ist was ist jetzt hier schon wieder da müsste man irgendwie was generelles einstellen können oder ein bisschen milder das Urteil vielleicht mögen sie uns da ein bisschen mehr ein neues Gebäude wurde errichtet sehr schön da freue ich mir ähm mach mal auf so Vorknecht bestätigen Arbeiter bestätigen bestätigen dann müssen wir noch hier Erweiterung machen noch mehr Arbeiter noch mehr Arbeiter Verkaufsfläche brauchen wir nicht Brandschutz und Brandschutz Verkaufsflots brauchen wir nicht Lagerfläche könnten wir gebrauchen Gebäudeschutz von meinetwegen Lagerslots weiß ich nicht Produktivitätsbonus natürlich und meinetwegen auch die Kundenzufriedenheit Gebäudezustand brauchen wir nicht dann können wir hier noch Lagerslots machen jetzt ist voll ausgerüstet sehr schön so jetzt schauen wir uns einmal an ähm wie ist denn unsere andere Krypte eingestellt die wollen wir nämlich genauso einstellen ach guck mal die ist auch Totentanz das waren wir gar nicht so bewusst so 90 20 90 Knochenstaub gut dann machen wir das mal na hallo so Knochenstaub 90 90 90 20 und dann geht es weiter mit 90 und 90 Knochen Knochen meine Klinge ist gewetzt Knochen 90 und 99 90 999 und 20 armreife 20 lampen und 20 knochenlein so und sich knochenlein und sich armreife und sich und 20 lampen 20 bestätigen so und wie ist das jetzt mit fast kauf slots gewesen lager kaufslager 10 10 10 alles auf 10 und lager generell 10 10 60 fischöl 180 knochen machen wir erst mal verkaufslager steht einfach alles auf 10 dann machen wir das doch mal kaufslager 10 10 10 10 und 10 und machen wir auf 105 prozent aber gesagt 105 105 105 und wobei das schwachste ist wir haben ja nur zwei lagersplots machen wir das auf 0 das auf 0 knochenstaub wäre eigentlich ganz gut zu verkaufen weil das braucht ja die magia stube auch ne aber wir haben keine slots mehr diese freischalten können das hätte ich vielleicht vorher bedenken sollen dann noch auf erweiterung kaufsfläche können wir nicht mehr kaufen schade egal dann lassen wir uns jetzt so und jetzt das lager das geht noch mal ein bisschen so 10 10 60 180 4 das kann mir im leben nicht mehr 10 10 und 60 für schül lager 60 fischöl habe ich gesagt 10 äh ne gar nicht war knochenreif und schädellampe waren 10 10 10 60 fischöl knochenreif und schädellampe 10 80 knochen jetzt sich leim und 100 staub lager 180 jetzt sich leim und 100 staub waren es na so da ist das jetzt aber eingestellt dann hätten wir hier gerne noch arbeiter eingestellt bestätigen und bestätigen und das ding können abreißen oder verkaufen ist mir eigentlich relativ pumpe weg damit so was machen wir eigentlich mit dem räuberlager und ich wollte ja massiv überlänge räuberlager ist eigentlich gar nicht verkehrt die besorgen uns ja immer mal wieder sachen das sind hier wie gelagern das habe ich dem glück als dauer auftrag gegeben genau kaukulei habe ich weggelassen weil das rechtschaffen großzügig und diplomatisch ist das ist neutral wie gelagern das auch neutral eigentlich kommen wir viel öfter wie gelagern durch und gambas und die leute ausrüsten und alle wege lagern lassen lassen wir erstmal so lassen wir erstmal so so das müsste jetzt eigentlich so funktionieren denke ich mal ich habe ich auch nicht so gut leute die folge hat über länge fernhandelsberichte konto aachen bietet derzeit die rohstoffe gut leute ich würde sagen ich bedanke mich fürs zu sehen und wir sehen unseren nächsten folge wieder bis dahin macht's gut tschüss denn jetzt hier